Ich würde gerne deine Meinung hören, Bruder. Sehe ich damit aus wie ein König? Warum? Ein König verdient deinen königlichen Namen. Du wurdest zu Aquaman. Nenn mich von jetzt an Ocean Master. Wie konntest du das tun? Ich hab dich mit offenen Armen willkommen geheißen. Nach allem, was du getan hast. Ich nehme nur das, was mir zusteht, Bruder. Ich bin's leid, mich für Marms Entscheidung schuldig zu fühlen. Sie liebte dich, hat mich aber als Thronfolger auserkoren, weil sie wusste, dass du nicht mit Macht umgehen kannst. Schön, dann zeig mir doch mal, wie es geht. Batman hatte recht, was dich angeht. Und was mich betrifft auch. Rechne nicht damit, dass Batman dich raushaut. Denn jetzt, in diesem Moment, wird dein alter Freund zu Köder verarbeitet. Ich bin's leid, ich bin's leid. Oh, 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 oh. Du brauchst deine schuppigen Freunde gar nicht erst, um Hilfe anzuflehen, du Held. Ich bin König, endlich. Und nie wieder werde ich mir eine von deinen hirnverbrannten Abenteuergeschichten anhören müssen. Black Manta wird dich bei der erstbesten Gelegenheit verraten. Ist das der Moment, in dem du versuchst, uns gegenseitig auszuspielen? Das wollte ich schon in den ersten fünf Minuten, die ich ihn kannte, machen. Aber ich habe ihn lebend gebraucht, um an dich heranzukommen. Jetzt kann ich endlich das Finale einläuten. Die Erschütterungen, die Batman fühlte, waren Tests einer Serie von Destabilisatoren, die ich entlang des Kontinentalsockels angebracht habe. Sobald sie aktiviert werden, wird der Sockel kollabieren und ich werde das Vergnügen haben, die Ruinen plündern zu können. Wenn die Herren mich jetzt entschuldigen würden, es ist Showtime. Die Erschütterungen mit Beginn, wird der Kerl eingebaut. Die Erschütterungen in den Knoten ia Untertitelung des ZDF, 2020